Vor kurzem bin ich über eine Umfrage der Plus-Markt-Forschung gestolpert. Das Ergebnis knapp zusammengefasst. Frauen haben Angst vor der Geldanlage, Männer haben Spaß daran. Tja, wie kommt das zustande? Ich bin Anke von Optionswelten und ich kann das gut nachvollziehen. Lange Zeit ging es mir auch so, bis ich einfach angefangen habe. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Hier stelle ich dir kurz die Ergebnisse der Umfrage vor, und gib dir danach vier Tipps, wie du die ersten Schritte beim Thema Geldanlage gehen kannst. Das Marktforschungsinstitut hat im Auftrag der Querien Privatbank gut 2000 Bürger in der Bundesrepublik zur Geldanlage befragt. Die Personen waren im Alter von 16 bis 70 Jahren. Kerstin Papon von der FAZ hat hierzu einen zusammenfassenden Artikel geschrieben, den wir dir in der Beschreibung auch verlinkt haben. Auf den Punkt gebracht haben mich folgende Ergebnisse zwar leider nicht überrascht, trotzdem mal wieder erschreckt. Mehr als die Hälfte der befragten Frauen hat ihr Geld auf einem Girokonto geparkt. Aber da bekommt man kaum Zinsen. Würde man das Girokonto weiterfassen und auch Tagesgeldkonten in die Überlegungen mit einbeziehen, würde man trotz Zinswende immer noch nur sehr geringe Zinsen erhalten, die in keiner Weise die Inflation ausgleichen können. Also frisst die Inflation in großen Schritten das Gesparte auf, da der Realzins negativ ist. Man muss also unbedingt aktiv werden, wenn man das eigene Geld schützen möchte. Warum haben Frauen, ich verallgemeinere das jetzt aus der Befragung heraus, so große Sorgen Geld anzulegen und sind förmlich gelähmt, uns um unsere Geldanlage zu kümmern? Klar, und das kenne ich nur zu gut von mir selbst, haben wir wohl oft das Bedürfnis, zuvorderst alles Mögliche an Wissen zusammenzutragen, bevor wir loslegen. Man sagt uns Frauen außerdem oft nach, dass wir risikoaverser seien und Männer teilweise ihrem Spieltrieb an der Börse nachgehen. Unverheiratete Männer handeln zu 67 Prozent häufiger an der Börse als unverheiratete Frauen, und fand Terence Odeons, Professor of Finance an der Haas School of Business at the University of California in Berkeley, mit seinem Team heraus. Die Männer neigten dabei zur Selbstüberschätzung. Das führt in dieser betrachteten Vergleichsgruppe zu einer Unterperformance der Männer von 1,4 Prozent pro Jahr. Dauert das Zusammentragen von Wissen bei uns Frauen jedoch zu lange und finden wir nicht den Weg in die praktische Umsetzung, geht uns aber Zeit flöten. Und damit natürlich auch die Opportunität, das Geld an den Kapitalmärkten zu vermehren. Absolute Sicherheit erlangt man beim Thema Geld anlegen womöglich nie, aber jeder Schritt lässt uns, dich und mich, selbstbewusster und selbstvertrauter werden. Eine Analyse der Direktbank in Deutschland aus dem Jahr 2019 zeigt, dass die durchschnittliche Rendite im analysierten Wertpapierdepot bei 24 Prozent lag. Das war 2019 eher überdurchschnittlich. Dabei hatten Frauen mit 24,1 Prozent leicht besser abgeschnitten als die Männer mit 23,5 Prozent. Es stellte sich heraus, dass Frauen mehr Fonds als Männer halten. Die Männer hatten dafür mehr Einzelaktien im Depot, nämlich 60 Prozent versus 53 Prozent bei den Frauen. Langfristig wirst auch du von den Renditen der Wertpapieranlagen profitieren und deine finanzielle Unabhängigkeit zu schätzen wissen. Dafür ist es hilfreich, wenn du dir über verschiedene Punkte klar wirst. Erstens. Wie sehen deine Ausgaben und deine Einnahmen aus? Analysiere, wie viel Geld du monatlich sparen kannst. Eventuell hast du auch bereits Geld zur Seite gelegt, also geparkt. Zweitens. Wie viel Geld brauchst du davon aktuell nicht und kannst es anlegen? Wie lange brauchst du es nicht? Plane stets eine Reserve ein, die du für ungeplante Ausgaben parat hast. Damit meine ich den Notgroschen für den Ersatz von defekten Haushaltsgeräten, die Autoreparatur oder zum Beispiel Handwerkerkosten. Drittens. Wofür möchtest du das Geld anlegen? Autokauf, Kauf einer Wohnung, Weltreise im Sabbatical oder für die Altersvorsorge? Viertens. Welcher Anlagetyp bist du und damit auch welcher Risikotyp bist du? Hier siehst du das sogenannte magische Dreieck der Vermögensanlage. Wir sehen hier die Ecken Rentabilität, Sicherheit und Liquidität, die bei der Vermögensanlage untereinander konkurrierende Ziele darstellen. Überlege dir, welcher der Punkte für dich von der Bedeutung her an erster, zweiter und welcher Punkt an dritter Stelle steht. Wenn dir die Anwendung des magischen Dreiecks für die Ermittlung deiner strategischen Anlageziele noch unbekannt ist, können wir dir dabei helfen, das für dich wichtige Wissen pragmatisch zu lernen. Die allerersten Schritte an der Börse sind immer die schwierigsten. Und mir hat es damals enorm geholfen, dass ich einen Mentor an meiner Seite hatte, der mir geholfen hat, Vertrauen und Sicherheit aufzubauen und damit meinen Weg an den Finanzmärkten abzukürzen. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, in der Praxis zu erfahren, dass es auch ohne absolute Sicherheiten jede Menge Möglichkeiten gibt, sich an den Kapitalmärkten zu engagieren. Und wenn man dann, so wie ich auch, erlebt hat, dass man durch das eigenverantwortliche Handeln mit den getroffenen Entscheidungen wunderbar nachts ruhig schlafen kann, ist man auf einem guten Weg bei der selbstgesteuerten Vermögensplanung. Bis dahin also und viele Grüße! Bis dahin, bis dahin, bis dahin!